Hallo, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns jetzt hier an Bord der Justus. Und gucken mal, ob keiner guckt. Leutnant Rom. So, bevor wir da jetzt hingehen, gehen wir erstmal hier hin. Gehren Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Seid gegrüßt, Lieutenant. Willkommen an Bord der Justus. Ich muss euch ein paar Fragen stellen, bevor ihr den Besatzungsbereich betreten dürft. Was für Fragen? Nichts Wichtiges, nur ein paar kurze Fragen für die Personalverwaltung. Auf welchem Planeten wart ihr stationiert, Lieutenant? Unter wem habt ihr gedehnt? Topfer auf Tarres. Schrauber auf Alderaan. Lunte auf Tatooine. Ähm. Wen nehmen wir denn mal? Ich musste mich auf Alderaan dem Adel unterwerfen. Schrauber hatte das Kommando. Wirklich. Von ein paar anderen habe ich gehört, dass Schrauber seinen eigenen Kampfläufer gebaut haben soll. Ziemlich fortschrittlicher Kram. Ist das wahr? Jupp. Ich habe das Ding mit meinen eigenen Augen gesehen, Lieutenant. Das war sicher beeindruckend. Zu schade, dass man den Prototypen nicht ausschlachten konnte. Ich würde gern mal aus seinem Ding in die Schlacht ziehen. Was ist mit diesem anderen Gerücht, das mir zu Ohren kam? Ein einzelner Soldat der Republik soll die ganze Einheit ausgelöscht haben? Stimmt das? Äh, das stimmt. Es war unfassbar. Eine wahre Einfrau-Armee und sie kannte keine Gnade. Klingt ziemlich übel, aber hey, ihr habt es überlebt. Wir sind in Sicherheit. In Ordnung, ich will euch nicht weiter aufhalten, Lieutenant. Begebt euch zum Besatzungsbereich. Ihr braucht sicher etwas Ruhe nach allem, was ihr durchgemacht habt. Wir sehen uns. Und dem Typen kommt es nicht irgendwie merkwürdig vor, dass ich mitten auf der Brust ein großes replikanisches Abzeichen habe. Das stört ihn offensichtlich nicht weiter. Nun gut. Okay, dann wollen wir mal. Mal sehen, wo geht es hier rein? Das Ding sieht ganz schön groß aus. Äh, so, dann wollen wir mal hier hochrennen. Warum erreglich verdacht? Warum erreglich verdacht? Ach, wie war denn erreglich im Verdacht? Hallo, Lieutenant. Ach. Ich hatte gehofft, dass wir uns über den Weg laufen würden. Genau wie ich. Ihr wurdet entdeckt. Ihr habt versagt. Gebt auf, Geist. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Zu schade. Zeit zu sterben. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Gut. Die werden wir auch los. Ach Gott. So, jetzt sind sie natürlich alle feindlich. Ist ganz klar. So, ich finde, guck mal, da taubel ist. Ach, Gott. So, wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Oh. Oh. So. Wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Ja, alles klar. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Auf die Beine und in die Schlacht. So. Die werden auch erledigt. Alles klar. Och, Leute. Gut. Die Kontrolle sind also abgeschlossen. Loot immer mitnehmen. So. 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 Ich bin da angeflogen. Ihr habt nichts mit dem Chaos-Trupp zu tun, Taurus. Ihr seid ein Verräter. Ich bin der Chaos-Trupp, Lieutenant. Kardan, ich, Geist, Schrauber, Tupfer und Lunte. Wir alle. Ihr seid ein Nichts. Eigentlich solltet ihr mir danken. Es war eurer Karriere wahrscheinlich sehr zuträglich, meine Kameraden, meine besten Freunde zu töten. Kardan lebt. Er hat sich freiwillig ergeben. Kardan? Wirklich? Das ist schön zu hören. Aber das entschuldigt nicht die anderen, Lieutenant. Nichts kann eure Taten wiedergutmachen. Aber im Grunde bin ich froh, dass ihr gekommen seid. Froh, dass ihr das Signal abgefangen habt. Und froh, dass ihr alle meine treuen Soldaten ausgeschaltet habt. Ich bin froh, dass ihr hier seid, Lieutenant. Ich bin froh, dass ich euch selbst töten darf. Das wird nicht passieren. Es wird Zeit, Lieutenant. Beenden wir es. Für die Republik. Kommt schon. Auf die Weine und in die Schlacht. Auf die Weine undallen zur Das war's, oder? Mehr kann ich nicht geben. Nach all meinen Taten. Nach allem, was ich erreichen wollte. Ihr habt keine Chance, Tavos. Gebt auf. Ich? Ihr? Was hab ich getan? Sie sind tot. Sie haben mir vertraut. Sind mir gefolgt. Sie sind meinetwegen gestorben. Jeder, der euch gefolgt ist, wurde getötet. Und für was? Wir haben nichts erreicht. Gar nichts. Bitte tötet mich nicht, Lieutenant. Ich... ich kann euch helfen. Ich... ich habe viel erfahren. Informationen über das Imperium. Verhaftet mich. Bringt mich zu Gaza. Lasst mich wenigstens etwas von meinem Schaden wiedergutmachen. Er gebt euch und ich bringe euch zu General Gaza. Macht ihr Witze? Ihr lasst ihn am Leben nach allem, was er getan hat? So viele Leute haben wegen dieses Mannes ihr Leben verloren. Gute Soldaten der Republik. Er verdient es zu sterben. Eure Wut über Ort Mantell darf uns nicht daran hindern, wichtige Informationen zu erhalten, Jorgen. Gut. Lasst ihn leben. Macht, was nützlich ist und nicht das, was richtig ist. Das war die richtige Entscheidung. Ihr werdet schon sehen. Gaza wird euch dafür belohnen, dass ihr mich ausliefert. Ich... ich lasse mich hiermit offiziell und bedingungslos von der Armee der Galaktischen Republik verhaften. Glaubt bloß nicht, dass ich vergesse, was ihr getan habt. Nein, äh... das... erwarte ich auch gar nicht. Ich bleibe in Sichtweite, Lieutenant. Spricht mit General Gaza. Das ist wohl jetzt auch... Sollt bald auf der Justice eintreffen und sorgt dafür, dass sie Tavos in der Amerikanischen Wasser nimmt. Achso. Ich dachte, ich muss jetzt nach... Ähm... Coruscant zurück. Keine feindlichen Einheiten in Sicht. Die Luft ist rein, General. Steht bequem, Lieutenant. Ihr habt wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich gratuliere. Hier, General. Ein Verräter, wie gewünscht. Ja, ich sehe es. Ihr habt euch selbst übertroffen, Lieutenant. Hallo, Harron. Ich war mir nicht sicher, ob wir nochmal die Gelegenheit haben würden, miteinander zu reden. Ich bin froh, dass ihr endlich kooperieren wollt. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich habe alles verloren, für das es sich zu kämpfen lohnte. Die Bürger der Republik sind immer noch da draußen, Harron. Für sie hättet ihr die ganze Zeit über kämpfen sollen. Team 1 bringt den Gefangenen auf unser Schiff und sperrt ihn ein. Wir sehen uns, Tavos. Lebt wohl, Lieutenant. Ich habe euch bereits gratuliert, Lieutenant. Aber ich muss es nochmal tun. Ihr habt heute etwas wirklich Großartiges erreicht. Tavos und seine Anhänger wussten alles über unsere Organisation. Sie hätten das republikanische Militär Stück für Stück vernichten können. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Dank euch. Es war mir eine Ehre, die Republik zu verteidigen, General. Die Republik muss sich vor nichts fürchten, solange es Soldaten wie euch gibt. Wir werden bleiben und das Schiff untersuchen, bis der Hyperantrieb wieder einsatzbereit ist. Ihr hingegen könnt gerne schon vorher abreisen. Ich würde sagen, ihr habt euch eine Auszeit verdient. Nehmt euch etwas Urlaub. Und sucht mich in meinem Büro auf, sobald ihr bereit seid, den nächsten Auftrag des Chaos-Trupps anzunehmen. Ich freue mich schon darauf, endlich ein bisschen auszuspannen. Das glaube ich euch sofort. Macht euch jetzt eine schöne Zeit, Lieutenant. Und ich gratuliere euch nochmal dafür, dass ihr einen der schwierigsten Aufträge in der Geschichte der Sondereinheiten erledigt habt. Ihr seid zu freundlich, General. Das denken gewiss nicht viele von mir. Viel Spaß, Lieutenant. Wegtreten. Was hat das denn eben gerade? So. So, aber was haben wir denn jetzt hier eigentlich bekommen? Ach, warte. Oh, das kann man nehmen, aber der Rest. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, weiter geht's. Bitte melden, Lieutenant. Hier spricht General Gaza. Ich fürchte, ihr müsst euren Urlaub abbrechen. Das Oberkommando hat eben von einer kritischen Situation erfahren. Der Chaos-Trupp wird gebraucht. Sofort. Meldet euch sofort in meinem Büro auf Coruscant. Alles weitere diskutieren wir vor Ort. Gaza, Ende. Toll. Wenn das Oberkommando besorgt ist, ist das sicher nichts Gutes. Offensichtlich sind wir wieder im Geschäft. Sind alle bereit? Bereit und fähig, Lieutenant. Aber immer doch. Die Gnade für die erniedrigten Feinde währt schon zu lange. Legen wir sofort los. Hier. Willkommen, Lieutenant. Steht bequem. Wir haben viel zu besprechen und kaum Zeit dafür. Bitte ignoriert meine anderen Besucher. Tavos' Aussage vor Gericht hat jede Menge Interesse an meinem Tagesgeschäft verursacht. Tavos hatte das Recht auf eine Verhandlung. Ich hätte nicht gedacht, dass das solche Folgen hat, General. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Fahren wir einfach mit unserer Arbeit fort. Zuerst werdet ihr für eure mutigen Aktionen gegen überlegene feindliche Kräfte mit dem Siegessiegel der Republik ausgezeichnet. Außerdem werdet ihr aufgrund eurer beispielhaften Führungsqualitäten unter widrigsten Umständen mit sofortiger Wirkung zum Käpten. Befördert. Glückwunsch. Vielen Dank, General. Ihr habt das mehr als verdient. Ich habe die anderen Mitglieder des Chaos-Trupps hierher berufen, damit ihr einen von ihnen zu eurem leitenden Offizier ernennen könnt. Euer LO wird als stellvertretender Kommandant dienen und zum Lieutenant befördert. Da Droiden keinen Rang innehaben können, habt ihr die Wahl zwischen Jorgen und Don. Och, ich hasse solche Entscheidungen. Okay, wenn ihr wollt. Fangen wir mit euch an, Jorgen. Wieso sollte ich euch befördern? Ist das euer Ernst? Ich war Lieutenant, als wir uns kennenlernten. Ich war über drei Jahre lang Einsatzoffizier auf Ort Mantell. Wenn die Papierkrieger da oben nicht einen Sündenbock für Tavus' Taten gesucht hätten, wäre ich heute noch Lieutenant. Abgesehen davon kennt ihr meine Ergebnisse auf dem Feld. Ich bin ganz offensichtlich am qualifiziertesten für den Posten des LO. Ich werde darüber nachdenken, Jorgen. Das ist alles. Jawohl. Sagt mir, weshalb ihr die bessere Wahl für den Posten seid. Ich würde meinen, meine Dienstakte spricht für sich. Obwohl ich noch nicht lange bei der republikanischen Armee bin, habe ich mehrere Empfehlungen und glänzende Bewertungen erhalten. Wie ihr euch selbst überzeugen konntet, erfülle ich meine Pflicht stets professionell und präzise. Und schließlich verfüge ich über umfangreiche persönliche Kenntnisse über die Taktiken und Ausbildung unseres Feindes. Vermutlich mehr als jeder andere Soldat der Republik. Sergeant Jorgen hat bereits eine Menge Erfahrung als Kommandant. Richtig. Aber ich denke, ihr stimmt mir zu, dass Sergeant Jorgens kämpferisches Auftreten keine empfehlenswerte Eigenschaft für eine Autoritätsperson ist. Danke, dass ihr mich habt zu Wort kommen lassen. Ne, ich musste die Entscheidung jetzt treffen. Egal, wen ich jetzt wähle, eine richtige oder eine falsche Wahl gibt es hier nicht. Gibt es hier einfach nicht. Weil, entscheide ich mich für Dorn, ist Jorgen angepisst. Entscheide ich mich für Jorgen, ist Dorn angepisst. Also, ach egal, ich nehme Dorn. Den Todesstern, wa? Wie gefährlich ist das Ding, General? Wir kennen leider kaum Details. Das Risiko für den Agenten ist zu groß, um weitere Informationen zu übertragen. Unsere einzige Chance ist eine schnelle Evakuierung. Hier kommt der Chaos-Trupp ins Spiel. Wir holen die Agenten sofort heraus, General. Die Evakuierung findet auf Tatooine statt. Ein SID-Agent wird euch dort treffen und euch die Missionsdetails mitteilen. Einen Fehlschlag darf es nicht geben, Käpt'n. Wir müssen herausfinden, was die Faust ist und was sie kann. Koste es, was es wolle. Wegtreten. Und wieder zurück auf den Sandklumpen. So, aber jetzt wollen wir mal Dorn mitnehmen. So, wo ist der Junos Spalker? Ach, wo ist er vielleicht da vorne? Captain, wie schön, euch zu sehen. Es war eine große Erleichterung zu hören, dass der Chaos-Trupp es auch diesmal geschafft hat. Und übrigens, Glückwunsch zur Beförderung. Wie fühlt es sich an, so groß und wichtig zu sein? Als Käpt'n kann ich mehr für die Republik tun. Das ist das Einzige, was zählt. Nun, ihr seht gut aus. Respekt einflößend. Ihr wisst also, dass ihr einen Undercover-Agenten evakuiert, der Geheimdaten über die neue Superwaffe des Imperiums, Codename Faust, hat. Der Name des Agenten ist Prellon Garn. Er hat seine Aufgabe erledigt. Der Transporter, auf dem er sich befindet, musste gerade unter mysteriösen Umständen in der Wüste notlanden. Ich finde die Landestelle und hole unseren Mann so schnell es geht raus. Garn flog auf einem imperialen Truppentransporter mit, rechnet also bei der Annäherung mit hohem Sicherheitsaufkommen. Holt den Agenten raus. Vergewissert euch, dass das Umfeld sicher ist und kehrt dann zurück. Viel Glück. Okay, wo muss ich denn da jetzt hin? Ich finde das aber bestimmt blöd, dass man von hier aus keine Schnellreise machen kann. So, dann wollen wir mal gucken. Hier sind doch schon die ersten Feinde. so. Sir, feindliche Truppen nähern sich. Verteidigungsposition. Trupp 2, Vorrücken auf mein... Ich bin hier! Kommt hier runter! Chaos-Trupp, Vorrücken! Jawohl! Verräter! Erschießen! Wollen Sie nur kommen! Gut, was ist mit den beiden hier? Ja! 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 So, das war's dann wohl, ne? Ja! 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 Gut! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich beherrschen musste, diesen Abschaum nicht einfach umzubringen. Es könnten noch mehr Imperiale unterwegs sein, bringen wir euch in Sicherheit. Ihr habt recht, das Rettungsteam kann jede Sekunde hier sein, aber wir können noch nicht weg. Ich muss das Schiff präparieren, damit es explodiert, um alle Beweise meines Verschwindens zu vertuschen. Könnt ihr mir Deckung geben? An die Arbeit! Wir sorgen für eure Sicherheit! Vielen Dank! An die Arbeit! Wir sorgen für eure Sicherheit! Wir sorgen für die Arbeit! Wir sorgen für die Arbeit! Oh, hier kommt der schon! Alles klar. Zünder scharf. Es kann losgehen. Los, los, los! Okay, dann wollen wir mal. So, kann ich das jetzt per... ...per Schneiderei zu machen? Ich hoffe. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, Gott sei Dank. Ihr hält mir den Tag auf, füllt mein Bankkonto und mäht Imperiale nieder wie halbtote Bantas. Heiratet mich, wenn dieser Krieg vorbei ist. Bleiben wir vorerst bei den Drinks. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Klingt nach einem Plan. Schon gut, schon gut. Aufhören, Kinder. Wir haben Geschäftliches zu besprechen. Die Faust. Die neue Superwaffe des Imperiums. Eine gewaltige Kanone in den Rahmen eines imperialen Schlachtkreuzers eingebaut. Aber die Faust ist keine gewöhnliche Kanone. Sie kann auf Schiffe feuern, die durch den Hyperraum reisen, wo sie vollständig schutzlos sind. Kriegsschiffe gehen mit nur einem Treffer in die Knie. Eine so mächtige Waffe könnte den Krieg ganz allein entscheiden. Wir müssen schnell handeln, um dieses Ding zu stoppen. Ich habe einen vollständigen Bericht parat. Sobald mich Jonas in ein Terminal bringt, übertrage ich die Daten an General Garza. Ihr solltet besser nach Coruscant zurückkehren, Käpt'n. Bis ihr dort seid, wird Garza Prellons Bericht haben. Und ich bin sicher, sie will den Chaos-Trupp dabei haben. Ich mache mich sofort nach Coruscant auf. Passt auf euch auf, Käpt'n. Gut, dann reisen wir mal nach Coruscant und sprechen mit General Garza. Gut, dann reisen wir mal nach Coruscant. Ah, Käpt'n. Ihr seid angekommen. Hier sind Flottenadmiral Numen, der Kommandant der 5. Angriffsflotte der Republiksmarine, und Oberbefehlshaber Rance, der oberste Leiter der Streitkräfte der Republikanischen Armee. Guten Tag. Wir haben beide schon viel von euch gehört, Käpt'n. Flottenadmiral Numen und Oberbefehlshaber Rance sind hier, um in Anbetracht der gegebenen Umstände einen umfassenden gemeinsamen Angriff auf die Faust-Superwaffe zu planen. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Leider sind die Umstände, unter denen wir uns kennenlernen, nicht sonderlich glücklich. Die Lage ist entsetzlich, wie ihr wisst. Eine einzige funktionsfähige Faust verleiht dem Imperium einen entscheidenden militärischen Vorteil. Aber Agent Garns Bericht hat die wahren Pläne des Feindes offenbart. Massenproduktion. Wenn der Faust-Prototyp fertiggestellt wird und das Imperium mehrere davon produzieren kann, sind wir dem Untergang geweiht. Die gesamte Republik wäre innerhalb einiger Wochen erobert. Es muss eine Möglichkeit geben, das zu verhindern, Sir. Die Zerstörung der Faust erfordert einen koordinierten Angriff von Marine und Infanterie beispiellosen Ausmaßes. Unsere Streitkräfte müssen mit den Vorbereitungen beginnen. Mitten während des geplanten Angriffs soll ein einzelner Kommandotrupp an Bord der Faust gehen und sie von innen heraus sabotieren. Wir haben den Chaos-Trupp für diese Aufgabe gewählt. Der Chaos-Trupp wird diese Bedrohung für die Republik mit Stolz beenden, Sir. Euer Team muss vergrößert werden. Ihr werdet einen Technik-Spezialisten und einen Sprengstoff-Experten brauchen. Der General und ich haben die gesamte Personaldatenbank der Republik durchforstet, um die zwei am besten qualifizierten Spezialisten ausfindig zu machen. Beide Männer sind in laufende Operationen involviert. Der Erste auf Balmora. Evakuiert ihn und kehrt so schnell es geht hierher zurück. Verstanden? Wenn ihr gestattet, breche ich sofort auf, General. Absolut, Käpt'n. Je schneller der Chaos-Trupp komplett ist, desto schneller können wir mit dem Angriff auf die Faust beginnen. Wegtreten. Gut, auf nach Balmora. Ach Gott. An die Bräute war ich gar nicht. Ich hoffe jetzt, dass ich auf mein Schiff lande. Jep. So, aber ich beende jetzt hier den Part. Und wie ich sehe, wollen alle mit mir mal wieder quatschen. So, wie gesagt, ich mache jetzt hier Schluss. Danke für's Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt, dass es sich mal wieder dabei. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.